Ich bin munter geworden durch einen lauten Knall. Wir sind dann einfach raus vom Haus, es ist urschnell gegangen das Ganze. Die Nachbarn haben um Hilfe geschrien, dass sie rausgekommen. Da ist die Feuerwehr schon vor Ort gewesen. Haben sich dann über die Leiter rausgeholt vom zweiten Stock. Ja, tragisch und dramatisch. Es ist urschnell gegangen, eine Rauchentwicklung. Und dann hat das Ganze schon zum Brennen angefangen. Und ich sage, seit drei Uhr in der Früh sind die Leute am Arbeiten und am Tun. Und dann, haben Sie etwas mitnehmen oder wie sind Sie einfach so schnell wie möglich raus? Also, wir sind so schnell wie möglich raus. Das einzige, ich bin mit kurzer Hose, mit kurzen T-Shirt und mit Zehenschlafen bin ich von der Wohnung raus. Und habe dann da durch die Leute, wirklich hilfsbereite Leute, Jacke gekriegt, Schienhosen gekriegt von fremden Leuten, Schuhe jetzt zum Ansehen. Natürlich, im Haus entweder alles verbrennt oder durch Wasser schauen. Man hat alles verloren. Das ist alles weg. Aber wer ist mit copper, wie wie mal ein das du dich in duct such als Siehst? Aber wer hat alles. Aber ich habe blab oft aus den auch natürlich bringen.